ja hallo ihr lieben so wir reden heute mal schön spaßiges thema ist speziell für männer sage ich vorab also klar kannst du es als frau auch angucken ist ja logisch aber ja ist für männer gedacht weil die ja hochtoxischen beziehungen für männer doch sehr ähnlich ablaufen und ja ich habe da mal vier phasen mir rausgesucht also die scheinbar immer durchlaufen werden wie gesagt vielleicht sagt es ja eine oder andere frau boah es war mir genauso andersrum aber wie auch immer meiner sicht nach hat das für männer noch mal auch aus gesellschaftlichen gründen noch mal spezielle formate das habe ich mal so ne also wir reden jetzt darüber wenn co-abhängige zu nette männer mit ja häufig manipulativen emotional instabilen frauen also das scheinbar emotional ist ab und sagen wir mal so zusammen kommen und sich dann hochtoxische beziehungen entwickeln habe ich auch schon diverse videos drüber gemacht über dieses phänomen was natürlich für männer auch gibt und ja also die soll ich mal sagen die art dieser frauen mit mit denen diese männer zu netten männer dann zusammen kommen ist wirklich manchmal das gefühl ist immer die gleiche frau das sagen auch viele männer immer und wir wollen heute mal die vier phasen durchgehen manches kennt ihr vielleicht schon manches vielleicht auch nicht meine arbeit findest du uns auf liebeschiff.de wenn du dein liebeschiff verändern willst gibt es so diverse kurse mal neues buch habe ich eben noch mal eingeblendet und ja starten wir gleich phase 1 ist die love bombing phase also ich denke das ist jetzt nichts wirklich neues also man wird auch als man ja trifft man eine frau typischerweise ist das so es ist so schön um wahr zu sein man sieht die auf dem ersten day das läuft einfach alles traumhaft es gibt überhaupt keine probleme ist gute stimmung ist es toll sie ließ einem jeden wunsch von augen ab es ist genau wie männer sich das scheinbar wünschen häufig ist es spannend sexy der man mit auf dem podest gehoben ja auch irgendwelche soll ich mal sagen sachen wo man mal denkt das machen frauen vielleicht gar nicht passieren aber dann und ja der man denkt er hat einfach einen absoluten jackpot gefunden und ja ist einfach komplett begeistert und ja ähnlich wie in einer toxischen beziehung auch dauert diese phase auch natürlich müssen länger geht über das erste date hinaus und ja dort typischerweise 100 tage mal mehr mal weniger aber ist so ein üblicher begriff dann die nächste phase ja da wird jetzt ein bisschen anders nenne ich mal so die retterphase also der mann stellt fest dass die frau ja wie soll ich mal sagen irgendwelche issues hat sagen wir mal sie hat irgendwie so pretty woman mäßig kommt vielleicht aus dem problematischen berufsfeld wo der mann meint er müsste sie irgendwie retten sie hat irgendwie kein geld der mann meint er müsste müsste sie irgendwie retten durch geld sie hat irgendwo an irgendwelche anderen kalamitäten wo der mann meint er müsse sie retten sie hat irgendwelche ja macht sachen die eigentlich die breaker sind sagt dann aber ja gott ich habe hier weil keine ahnung mal keine ahnung von vertrauens issues und deswegen darf ich dein handy jeden zweiten tag durchsuchen oder also man ist auch vielleicht zielt irgendwelcher projektionen dass zum beispiel gesagt wird ja du du bist total ich kann dir nicht vertrauen und ich muss dein handy kontrollieren und ich muss dich kontrollieren wo man eigentlich denkt wo ich habe eigentlich als man jetzt aber noch nie irgendwas groß krasses gemacht wo muss ich denn jetzt kontrolliert werden und kommt dann erst gar nicht drauf dass es vielleicht eine projektion ist dass die andere person genau das macht was sie dem mann hier zumutet oder was sie ihm unterstellt quasi was er eventuell tut also es treten irgendwelche probleme auf und weil aber diese erste phase so toll war und weil der man immer noch denkt ist natürlich immer noch sexy und toll und es gibt bunte bunten bettsport und was weiß ich was alles und der mann wird weitergelaufen treten jetzt aber probleme auf wo der mann aber denkt naja gut ist ein geben und nehmen ich kriege hier diese ganze hotten stuff irgendwelche abgedrehte indoor olympics die ich mir heute immer gewünscht habe und bin auch schon ein bisschen hängen auch schon ein bisschen an der nadel hier und ja gott wenn sie jetzt irgendwo gerettet werden muss oder geld braucht vielleicht ist sie in irgendeinem nachtbusiness unterwegs und der mann denkt sich ja aber ich hole sie da jetzt raus also es gibt es tatsächlich wirklich das ist nicht nur bei pretty woman so also habe ich auch schon erlebt in meiner praxis der mann rettet sie da irgendwie raus oder zahlt sie irgendwo aus oder ich weiß es nicht versucht ihr auf die beine zu helfen beruflich vielleicht vielleicht hat sie irgendwo scheinbar gescheit halt wir wissen das nicht ja also es kommt diese phase wo der mann die rolle des weißen ritters drängt was viele männer mögen vielleicht müssen zu weit von jetzt die issues die da männer auch haben die man natürlich so ein co-abhängiges thema dann auch dass sie und vielleicht wollten sie mami schon retten aber das lassen wir jetzt heute mal kurz außen vor dann natürlich auch gründe warum die männer so sind nicht jeder mann ist so und es hat auch auf jeden mangel an selbstliebe dass man anstatt sich selber sein eigenes seine eigene probleme erstmal zu lösen dass man versucht die probleme der frau zu lösen aber ja das kennen frau natürlich auch in toxischen beziehungen und ja ist halt wie es ist also es ist diese retter phase so und dann kommt ja die mache jetzt auch ein paar monate gehen und so und dann kommen wir ja in diese was ich manchmal auch kritik phase nenne also es kommt auf immer diese phase wo spannungen zunehmen es läuft auf einmal nicht mehr so der mann wird nicht mehr gelaufbompt es gibt auf einmal kritik es gibt auf einmal alle möglichen probleme die dinge laufen aus dem ruder also die frau wird vielleicht irgendwie unzufriedener es läuft alles nicht mehr so weniger indoor olympics es gibt auf einmal ein schlechtes bauchgefühl auf einmal man weiß nicht mehr was die frau macht irgendwie und irgendwie läuft alles auseinander und ja man macht natürlich das erste mal dann bekanntschaft mit diesem ätzenden liebeskummer der ja schon innerhalb der beziehung auftritt versucht es irgendwie verzweifelt durch noch mehr retten oder gespräche oder noch mehr sich schreckliche sachen bieten lassen noch mehr respektlosigkeit was ich vielleicht gefallen ist irgendwo aufrecht zu erhalten und ja es auf magische art klappt es aber überhaupt nicht so und was glaube ich was man dann nicht weiß aber was ich jetzt einfach mal aufmale hier ist dass man sich jetzt in so einem drama dreieck befindet könnt ihr auch mal googeln höchst spannende sache also es gibt hier nämlich ein wird man muss erstmal ihren stift finden ein opfer ich mache das jetzt mal erst mal aus sicht der frau jetzt also die frau sieht sich als opfer irgendwelcher umstände also natürlich ist es jetzt sehr speziell wie ich das mir jetzt angucke natürlich werden frauen ständig opfer sind wir vorne höchstwahrscheinlich öfter opfer als männer also das ist jetzt alles nimmt all dem nichts weg das ist das noch mal ist ein video für männer die toxische beziehung geraten dann haben wir ein also das ist die frau dann haben wir sorry für eine großartige mal fähigkeiten ein retter das ist in dem fall der mann und ja und dann gibt es irgendeinen ominösen täter wie gesagt das kann die täter jetzt im weiteren sinne das kann halt die schwierige situation sein oder irgend irgendjemand vor dem die frau gerettet werden muss oder ich weiß es nicht der böse ehemann keine ahnung gegen den da wo die frau opfer von geworden ist und jetzt der neue partner also der mann diesem fall in der jetzt toxischen beziehung versucht zu retten kleiner fun fact ich mal dass dieser dieses täter ding hier muss gar kein täter gewesen sein es kann einfach nur sein dass die frau sagt das war also täter ist jetzt auch im weiteren sinn und dass einfach die frau sagt das war ganz ganz schlimmer narzisst ich weiß nicht ganz schlimm und der neue partner meint da irgendwie ja den retter spielen zu müssen wenn er den aber vielleicht kennen lernt diesen menschen stellt er vielleicht fest komisch ist eigentlich genauso zu netter äumel wie ich wo ist denn jetzt eigentlich der täter gab es überhaupt jeden täter also man hat das gefühl also irgendwas passt hier nicht so richtig zusammen oder wenn es so eine täter situation ist die frau ist in irgendwelchen kalamitäten schämmer vielleicht fest ist ja vielleicht gar kein opfer sondern hat sie auch aktiv an dieser situation teil gehabt oder hat sie vielleicht auch noch teil oder will irgendwelche anderen sachen daraus ziehen aber man befindet sich in diesem wunderschönen drama dreieck und das ist immer ganz gefährliche art wie man sein kann weil dieses werden gerne in diesem drama dreieck die rollen gewechselt wie findet das statt so das findet folgendermaßen statt dass dieses täter hier thema hier auf einmal verschwindet auf eine magische weise und der nette partner hier der vormals noch der retter war wird plötzlich zum zum täter also nicht dass er jetzt wirklich irgendwas anders macht sondern wird einfach nur als täter deklariert weil er vielleicht nicht mehr pariert weil er vielleicht irgendwelche energie leistung nicht mehr bereit zu tun ist weil weil er vielleicht sagt mensch irgendwas läuft hier total falsch oder auch gibt es überhaupt keine gründe fällt auch einfach weil bindungsangst einsetzt bei der frau oder ich weiß nicht was man weiß manchmal selber nicht aber auf einmal wird gegen den geschossen und ist da plötzlich vom retter zum täter geworden kommt vielleicht auch ich meine ob man das jetzt um das jetzt gefällt oder nicht es ist einfach die wahrheit oder es kommt auch zu falsch anschuldigungen sogar richtig schwer erwischt hat also ich verweise nur mal wer meint das gibt es nicht verweise ich nur noch auf diesen johnny der von einmal hört fall wo es natürlich alles noch mutmaßungen sind aber liegen ja irrsinnig viel fakten auf dem tisch also wer meint es gibt es nicht ja das gibt es also ich kann es auf jeden fall bezeugen das gibt auch aus meiner praxis und ja wird auf einmal zum täter und was gar nicht so richtig wie ihm geschieht und fühlt sich natürlich unfassbar beschissen oder ich erinnere auch mal an will smith und jade also will smith der da auf oscar verleihung da dem komiker da runter gehauen hat herzlich als retter gesehen das sei noch viel besseres beispiel und plötzlich wird er zum täter also ist ja auch wirklich täter geworden hat ja wirklich jemand eine runter gehauen in dem fall aber das hat er gar nicht kommen sehen er hat diese diesen wechsel sind drama dreieck überhaupt nicht gesehen er denkt er werde retter jada ist das opfer dann in dem fall war der täter halt dieser komiker er haut ihm eine runter und denkt gucken wir uns feiern mich alle weil ich der retter bin und ist in diesem fall tatsächlich real zum täter geworden krasse sache krasse sache und das opfer was natürlich weiterhin ist die frau irgendwie das opfer und dieser komiker natürlich auch irgendwie so ne aber de facto gibt es in auch häufig einen neuen retter das heißt die frau macht einen neuen mann klar den es vielleicht auch schon eine schwarze notizbuch gibt irgendwie wird also dahinter ist natürlich häufig auch so eine bindungsangst dynamik dass es jetzt ein neuer mann sein muss und überhaupt ganz viel drama kreiert werden muss aber gut ich will das videos auch nicht zu lang machen auf jeden fall taucht plötzlich neuer retter auf und der mann weiß gar nicht mehr wie ihm geschieht das ist jetzt natürlich aus sicht der frau also noch mal was ich jetzt gemalt habe es aus sicht der frau aus sicht des mannes sieht das ganze natürlich ein bisschen anders aus machen wir das mal wieder weg aus sicht des mannes sieht so aus ja es gab ein opfer und aus sicht des mannes sieht so aus ja ich bin also das gleiche erstmal wieder ich bin der retter und irgendwo gibt es da irgend so ein täter subjekt objekt wissen wir nicht genau und wenn sich diese ganze dynamik dann plötzlich kippt dann sieht das für den mann folgendermaßen aus er merkt auf einmal ich bin gar kein retter mehr sondern ich werde zum opfer es sieht nur keiner aus ich selbst kann selber gar nicht fassen die frau wird zum täter oder täterin und und retter fällt eigentlich aus so der muss der man sich jetzt irgendwo beziehungsweise retter könnte halt auch wieder ein anderer mann sein der plötzlich auftaucht aber für den mann hat sich das drama dreieck eben ganz anders gedreht das während er eben noch retter war ist er zum opfer geworden aus seiner sicht aus der frau plötzlich zum täter und für den mann ist eben das opfer oder die opferin ist plötzlich zur täterin geworden und also dass das mit der psyche irgendwie hallen heimer spielt das kann man sich vorstellen dass ein das also wirklich fertig macht und ja jetzt was ich vielleicht das sind ja nur drei phasen was in die vierte phase also diese ging mir jetzt heute vor allem diese dritte phase und die vierte phase ist halt der ganze laden um die ohren fliegt und ja mit diesem ganzen sagen was auch noch übrig bleibt dann zu kämpfen hat mit diesen vielleicht anschließungen die man bekommen hat zu kämpfen hat seinem eigenen liebeskommand zu kämpfen hat also es fliegt alles auseinander frau geht in die nächste beziehung und das gleiche geht wieder von vorne los und wenn das schwarze notizbüchlein nicht voll genug ist dann wird man auch gerne vielleicht zum späteren zeitpunkt durch eine neue runde gezogen das kennen wir ja aus toxischen beziehungen und jetzt wieder von vorne los mit love bombing macht alles sonst spaß ganze toxic herrlich und ja und falls er jetzt denkt falls es jetzt doch irgendwelche anderen menschen gucken dies sowas noch nie erlebt haben so meint es gibt sowas nicht glaubt mir ich kann es wirklich bezeugen dass es das gibt und ja wie gesagt es macht sein dass frauen viel mehr opfer erfahrung machen will jetzt überhaupt nicht in abrede stellen aber ich habe so gemerkt bei dieser johnny depp geschichte und auch bei der wo ist miss geschichte dass die zeit glaube ich auch reif ist mal auch genauer hinzugucken und zu sehen ja vielleicht kommt das nicht super oft vor weiß aber auch die dunkelziffer soll bei männer noch viel höher sein vielleicht gibt es auch männer die richtig böse unter die räder kommen wir haben auch viele geschrieben nach den letzten videos und auch die wollen gesehen werden und auch die wollen ihre wahrheit sagen und johnny depp hatte die möglichkeit dass auch das geld und die ressourcen gut wie es ausgehen wird wissen wir noch nicht aber seine version der wahrheit darzustellen auch die entsprechenden zeugen aussagen und diese möglichkeiten hat vielleicht nicht jeder da brauchen wir sicherlich auch ein gewahrsein in der gesellschaft was übrigens auch teilweise schon gibt also ich habe also in der breiten gesellschaft ist das vielleicht noch nicht so einer tagesordnung aber so im bereich wie soll ich mal sagen staatsanwaltschaft gericht und so habe ich schon den eindruck dass es da ja dass man da irgendwo auch so einen gewissen blick drauf hat sage ich mal ja bin gespannt was ihr dazu denkt und wir sehen uns bald wieder